Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Together LP mit meinem Bruder Jonas. Hallo. Zusammen werden wir heute Wii Party let's playen. Herzlich willkommen bei Wii Party. Ich bin euer Moderator, Party-Paule. In Wii Party erwartet euch eine Sammlung verschiedenster Partyspiele, die jedem Spaß machen. Jaja, wahrscheinlich. Ich hab ihn immer Eiermann genannt. Jedoch werden wir Zimmerspiele wahrscheinlich nicht spielen können. Sowas wie Quizbombe. Ja, das ist natürlich möglich. Die beiden hier kann man generell nicht spielen. Heute fangen wir erstmal mit der Insel der Abenteuer an. Hier geht's um eine Insel, wo wir den Gipfel erreichen müssen. Ja. Viel Spaß. Aber wir starten mal mit Stark, weil ich glaube, wir sind schon solche, die das abkönnen mit Stark, oder? Ja. Und das ist die Insel der Abenteuer. Und jetzt beginnt Runde 1, ein Minispiel um die Zugreinfolge. Ganz viel Glück. Und zwar direkt Klimmzug-Champion. Und? Drei, zwei, eins. Wie knapp war das denn? Alter. Ich hab einfach so gleich mal reingestartet. Einfach ein bisschen vor Niklas, aber dann kommt er einfach noch mit einem mehr. Boah, stimmt. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Also mit Hilfe von Neigen müssen wir halt die 86 Meter zurücklegen. 20, 30, 50, 50, 60, 70, 80 und 90 ungefähr. Dann müssen wir zurück und ich denke ich hab 86 ungefähr so. Ich glaube nicht. LOL! Wir sind doch fast auf der gleichen Stelle! Du bist der Erste! Was? Okay. Ich bin sogar noch ein bisschen so nach links gegangen. Jetzt hab ich auch mal den Gold und so. Was? Ein Pasch? Jaha. Ein Wirbelsinn? Nein, nein. Du darfst entscheiden, welcher... Ryan. Huh! Yo, Ryan! Er kommt wieder zurück an den Anfang. Nee. Doch, das ist der Anfang. Ich? Wir hatten nur 3 Wirbel. Okay. Wenigstens komm ich weiter. Ein 1 wäre gut. Äh... Das ist auch... Okay. Ja, das ist auch okay. Ich komm auf... Ufo? Ja, ein Ufo. Ja, ein Ufo. Geht auch nicht. Weil ich ein... Ja, dieses Weiterfeld benutzt habe. Ja. Natürlich würfelt der ein Pasch. Natürlich. Und jetzt nochmal eine 1 oder was? Wer hat die ins Hirn gekotet? Eine 6. Er würfelt eine 8. Jetzt würfelt der eine 1. Er würfelt eine 6. Das Gegenteil. Maulwurfklopfen? Oh, yeah. Weißt du, was wir immer gemacht haben? Was hast du immer gemacht? Du hast den anderen auf den Kopf geschlagen, ne? Ahaha. Ah. Ah. Ja, okay. Das lassen wir mal lieber. Ey! Bumiko! Hey, Jonas. Hau rein. Noch rein. War ich wieder Zweiter, dann hätten wir wieder... Ah, ich bin dran. Wow! Eine 10. Und hier, laut dem Schild zu erkennen, muss ich eine 4, 5 oder 6 würfeln. 4, 2, 4 oder 3. Ja, man! 5. Ihr seht auch mal ein 1 gegen 3 Minispiel hier in diesem Let's Play. Und ich dachte, ich fände vor, wenn ich gewinne. Oh, no! Po... Pose... Robic? Mega cringe. Okay, ich muss also irgendwelche... Ja, Plus. Hast du gerade zu Plus Steuerkreuz gesagt? Okay, Ryan ist raus. Ende. Ich hab doch... Ich hab doch gemacht! Ja, aber du hast das andere gemacht. Nein, ich hab so hier. Du hast Plus gedrückt. Hä? Muss man doch auch? Nein, ich hab B gedrückt. Und vomiko hat... Und vomiko hat gar nichts gemacht. Du hast das hier und das hier. Ja, aber man muss das als Letzte machen. Jetzt hast du ja auch Felder vorrücken. Oh, das ist eigentlich... Oh, nee. Das ist eigentlich zu einfach. Auch wenn wir das gar nicht vorgelesen haben. Wenn einer. Wir kennen das einfach zu gut, sodass wir das eigentlich jetzt vorgelesen haben. Ach. Wo war ich denn jetzt auch so da unten? Das waren aber keine Acht. Das waren keine Acht. Hm? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Naja, da haben wir halt gewonnen, ne? Also ich sag... Ich sag nicht nein. Du kriegst... Oh, du bist sogar hochgeschossen geworden. Jo, ich werd nach ganz hinten. Nein. Hey, aber Matt. Die Brücke sieht gefährlich aus, weil die immer so... So. Dosen abschießen. Ähm. Ähm. Ich konzentriere mich auch ein bisschen. Oh nein, das hat jemand alles hochgeworfen. Mann. So verdient. Nein. Wo ist man? Wo ist man? Man ist nicht mehr da. Hallo. Jetzt funktioniert... Meine Störung funktioniert nicht mehr. Was im Teufel? Ich hab den Kontroll auf den Boden geschmissen. Jetzt funktioniert die Verbindung nicht mehr. Ja, wenn es nicht... Nein! Warte mal los! Die bringen mich um! Daumen runter. Ey, so ne Cheaterin. Mal ganz im Ernst. Oh, eine drei oder höher. Wirst du das schaffen? Uh. Ja. Sogar mit einer sechs. Und nochmal plus sechs. Zu dem UFO mal wieder. Schaff dich das vor allen anderen, wenn du kannst oben. Das wäre jetzt krass, wenn du es direkt schaffst. Guck mal, wie weit ich vor euch bin. Ja. So, Küchenmeister. In diesem Wettstreit dreht es sich alles um Geschwindigkeit beim Gemüsehacken. Und zweiter. Erster. Oh mein Gott. Aber das ist eines der geilsten Spiele, muss man sagen. Hier muss man jetzt ne 5 oder höher würfeln. Und du hast genau ne 5. Also wirklich. Du... Du gewinnst das hier noch. 1 gegen 1. Mach's spannenden und tritt gegen mich an. Warte, ich hab das so. Ja, kann ich nicht machen. Ja, okay. Ja, okay. Wow. Das Murmellabyrinth. Oh, ups. Ich hab's gerade ausgesucht. Da muss man halt mit Bewegungsstörungen, äh, das Ziel, äh, der Murmel beeinflussen. Das ist ja genau relativ. Hä? Das ist ja genau relativ. Das ist ja noch relativ. Hä? Das ist ja noch relativ. Ja, das war halt unfair so richtig hart. Spaß. Na klar, ich gönn's dir jetzt, dass du jetzt sieben wieder weiterkommst. Aber, Digga ich will gleich schlafen. Aber, Digga, ich bin gleich schlafen. Aber ich komm sie mir da zurück. Das ist auch irgendwie dumm. Wiiiiiii. Ein paar Schlauen. Oh, und jetzt mit mal ne 1, hier wette. Ne, komm ne 5. Nein. Was hab ich gesagt? Er nimmt, im Rampenlicht. Da muss man halt sich ins Rampenlicht stellen. Rampenlicht. Komm. Rampenlicht. Rampenlicht. Oh, ich bin im Rampenlicht. Ist geil. Geil. so ich habe gewonnen aber ich glaube nicht dass ich in das ist noch gewinne genau genau ja du hast eigentlich schon so gut wie gewonnen um ganz ehrlich zu sein und das kannst du überhaupt nicht du bist genauso wie in dem tendernpuzzle wahrscheinlich finde ich nicht witzig du kannst aber nicht und würfel wieder und jetzt und jetzt eins jetzt wenn ich schlecht mit dir zum beispiel ja und dadurch ich denke mal es wird das hier sein aber ich probiere mal das hier ja ich wusste es ich wusste so ist es bist du dran du kannst es jetzt in den fünf fern schon schaffen du schaffst es und das kann jetzt das ende sein leute jetzt eine 6 oder oder es wird noch spannend leute jonas ist nicht der sieger bisher ich nehme das hier er nimmt das aus sozial zu spiel für mich ever oder mit auto ja zum beispiel der wind oder hier und da kommen weitere pakete die wir haben sie müssen und ein match zwischen uns beiden ein match zwischen uns beiden wir schaffen wir schaffen wenn du gewinnst wenn du gewinnst hast du hast du den gold gold wird goldwürfel gewinnen können ich hätte mit ihr gewinnen können nein nein nicht mit mir der jetzt den gold golddings bekommen können hättest du gegen mich gewonnen da hättest du viel hier direkt gewonnen wahrscheinlich ich weiß es nicht genau aber ich habe hier zum beispiel mehr als 6 gewürfelt du kannst natürlich immer noch eine märchen 6 würfeln das ist dann auch mit einem normalen würfel möglich aber ich komme jetzt in den vulkan ja es ist mal ist es ein vulkan es gibt da auch zwei ausgänger aber jetzt kommst du eine 6 wird es nicht wow leute das spiel das weltraum rennen was ich sehr gut kann man muss genug teilt man muss tausend mal was mache ich denn was passiert was passiert was passiert was passiert was passiert was passiert spiel spiel gesponnen es rückt mich so auf naja wenigstens noch mit hier so wir haben einen gewinner und zwar jonas hat gewonnen herzlichen glückwunsch und wir haben das paketpanik spiel im profi modus freigeschaltet und das cpu sehr stark freigeschaltet und damit würde ich jetzt auch sagen das war's mit dem ersten part von we party hier auf diesem kanal wenn es euch gefallen hat gebt dem video einen daumen nach oben und abonniert diesen kanal um kein weiteres video mehr zu verpassen und aktiviert die glocke und bis dann und ciao 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 ciao